Was ist die aktuellen Finanzkrise und Geldmisere? Wer hätte das gedacht vor einem Jahr, dass die UBS in der Schweiz kurz vor der Verstaatlichung steht? Und insofern können wir sehen, wie der Gegenpol sozusagen da plötzlich hereinkommt. Für mein Gefühl ist es sowieso der faszinierendste Zugang zum Leben allgemein mit den Grundgesetzen da dran zu gehen. Beim Geld wäre das ganz genauso. Also wir könnten wunderbar das Polaritätsgesetz am Geld lernen und das Resonanzgesetz. Das Resonanzgesetz ist inzwischen eigentlich schon so, dass es jeder ahnt. Der Volksmund formuliert ja solche Dinge. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Auch wenn das sehr ordinär ist, ist es jedoch sehr stimmig. Das ist eine alte Erfahrung. Diesem sich entwickelnden Ungleichgewicht kann man weder mit Nord-Süd-Kommissionen von politischer Seite noch sonst wie sinnvoll entgegensteuern. Man müsste dieses Gesetz kennen. Das Gesetz der Resonanz, der Ähnlichkeit. In dieser Hinsicht ist es wie ein Lehrstück. Geld kommt zu Geld, so wie Glück zu Glück kommt. Deswegen gibt es Glückskinder und Glückspilze. Und Pech kommt zu Pech, deswegen gibt es Unglücksraben und Pechvögel. Also diese Beziehung könnten wir daran sehen. Wir haben eben nicht nur den Partner und den Chef, zu dem wir Resonanz haben. Wir haben auch die Geldsituation, zu der wir eine Resonanz haben. Das könnten wir gut daran lernen. Das Polaritätsgesetz, wie eingangs schon gesagt, natürlich auch. Aber auch in einer persönlichen Hinsicht. Also wer sein Lebensglück am Geld festmacht, der wird unter Umständen viel Geld bekommen und daran sehr unglücklich werden. Da gibt es ja nur viele Geschichten diesbezüglich. Also auch da würde uns die Polarität deutlich gemacht werden. Persönlich würde ich am ehesten empfehlen, bei all der Betroffenheit, die jetzt allgemein entsteht und wo ganz viele Menschen ganz viel Wut haben auf Investmentbanker und so weiter. Investmentbanker ist ja fast ein Schimpfwort geworden inzwischen. Einfach mal zu sehen, wo man selbst betroffen ist davon. Der Weg zum Spekulanten ist ja nicht besonders weit. Und dass die Banken, großen Banken vor allen Dingen, im Wesentlichen sich da Spekulanten angestellt haben. Letztlich Investmentbanker sind Menschen, die für Spekulationen bezahlt werden und sich verspekuliert haben. Das ist etwas, was man erkennen kann, aber wenn man sich da sehr drüber aufregt, dann hat es schon sehr auch mit dem Inneren eigenen Spekulanten zu tun. Und der wird schnell rausgeholt. Man braucht sich ja bloß irgendwie ein Haus kaufen und ein Vierteljahr später bekommt man das Doppelte Angebote dafür. An dem Test könnte jeder mal für sich feststellen, wie viel Spekulant er in sich hat. Verkauft man dann das Haus wieder und freut sich unglaublich an diesem unverdienten Geld sozusagen? Also diese Geschicklichkeit, die da ins Spiel gebracht wurde, die ja viele auch gar nicht haben, und jetzt ganz wütend auf die Spekulanten losgehen, dann wäre ein guter Schritt zu schauen, wo bin ich damit. Insgesamt wäre das überhaupt die Aufgabe, die da drin liegt. Wie gehe ich mit Geld um? Was macht Geld mit mir? Besitze ich mein Geld oder bin ich besessen von meinem Geld? Verdiene ich mein Geld mit meinem Beruf, der mich ruft, der meiner Seele Berufung ist? Da muss mein Geld gar kein Geld verdienen. Dann könnte ich mein Geld einsetzen, um mir anderen, zum Beispiel Erfahrung zu vermitteln, Lebensfreude. Das würde einen ganz anderen Zugang schaffen. Ich könnte mir die Frage stellen, hat Geld für mich überhaupt noch Qualität? Oder geht es nur noch um Quantität? Das gilt natürlich für alle Bereiche. Also bei der Ernährung haben wir das jetzt allmählich gelernt. Dass nicht nur viel wichtig ist, sondern auch gut wichtig ist. Die Quantität ist eine Sache. In der Nachkriegszeit ging es um die Kalorien im Wesentlichen. Hat es genug Kalorien? Inzwischen sind wir aber in einer Situation, wo sich intelligentere Leute die Frage leisten, hat das die richtige Qualität für meine Familie und mich? Und das müssen wir auch beim Geld lernen wieder, glaube ich. Das Geld hat schon Qualität. Deswegen sprechen wir von Schwarzgeld und Blutgeld und ehrlich verdientem Geld. Und wir müssten mal schauen, wie das bei uns persönlich ist. Welche Qualität hat mein Geld? Und kenne ich diesen Begriff Qualität noch? Wenn ich diesen Begriff völlig außer Acht lasse, dann geht es nur noch um die Geldmenge. Und das führt aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem ziemlichen Unglück. Wenn man sich anschaut, was mit dem Geld passiert, was man an der Börse durch Spekulation verdient, stellt man erstaunt fest, dass die Menschen mit diesem Geld, was ich ja manchmal auch als Blutgeld bezeichne, gar nicht glücklich werden. Da muss man auch unterscheiden, sich Aktien einer Firma zu kaufen, die man dann behält, wo man sich als Anteil eigener der Firma erlebt und mit der dann die Hohen und die Tiefen durchleidet. Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist das, was heute passiert, so im Rahmen des Casino-Kapitalismus oder Raubtier-Kapitalismus. Wir Helmut Schmidt haben schon solche Ausdrücke benutzt vor langer Zeit und davor gewarnt. Das haben wir heute. Wir müssen grundsätzlich unterscheiden. Benutze ich die Börse als Anlagemöglichkeit? Das ist ja die Bank für die Industrie und spricht ja wenig dagegen, auch aus seelischer Sicht dagegen, sich an einer Firma zu beteiligen. Allerdings ist das ein Unterschied, wenn man dann über lange Zeit die Aktien dieser Firma hat und mit dieser Firma Höhen und Tiefen durchlebt, oder ob man wirklich spekuliert, schnell kauft, verkauft, um da ein schnelles Geld zu machen. Da ist viel Geld auch gemacht worden. Da ist interessant zu wissen, dass von der deutschen Rechtsauffassung her, wenn man mehr als 16 Prozent, glaube ich, Zinsen verlangt für geliehenes Geld, gilt das als Wuche. Aber nun kann man an der Börse natürlich deutlich mehr verdienen. 20, 30, 40 Prozent sind da verdient worden. Das ist aber für die Seele, die hält sich da eher an die Rechtsauffassung, ist da eher sehr konservativ, Geld aus Wucherei. Das ist ein Geld, mit dem man einfach offensichtlich nicht sehr glücklich werden kann, nach meiner Erfahrung. Das Bessere fast, was einem passieren kann, ist an der Börse zu verlieren. Dann hat man zwar eine sehr teure Therapie, seine Gier, aber es ist immer noch eine Gier-Therapie. Und man könnte daraus Schlüsse ziehen. Die meisten kennen sich mit der Börse gar nicht gut genug aus. Ich würde auch nicht versuchen, obwohl ich auch mal ein paar Skirenden gefahren bin, mit dem Hermann Mayer auf der Streifen nicht zu messen. Da habe ich keine Chance. Wenn ich mich mit Profis messe in dem Bereich, habe ich auch keine Chance. Also da kann ich vieles klar machen. Die Börse hat keinen Urlaub, die macht keine freie Zeit. Das führt letztlich zu einer relativ angestrengten Situation, die viele Nerven kostet. Und ich kriege Geld von einer Qualität, die ist beeindruckend. Wie könnte man 30% erwirtschaften? Das kann man nur mit brutalen Methoden. Und da kommt dann wieder so ein Ausdruck wie Blutgeld rein. Das ist häufig Geld, das nicht eine besonders gute Qualität hat. Wobei dieses Thema allerdings schon bei Erbschaften reinkommt. Es ist ja gar nicht einfach, Geld zu vererben. In der Regel hat dieses Geld auch eine besondere Qualität und macht, vor allem bei großen Erbschaften, die, die da begünstigt sind, nicht besonders glücklich nach meinen Erfahrungen. Also müssten wir diesen Aspekt von Qualität mit dem Geld verbinden. So schwierig ist das gar nicht. Das ist nur völlig ungewohnt. Und es gibt einem enorme Freiheiten. Wenn ich zum Beispiel erkenne, Geld hat Qualität, und ich will die Qualität meines Geldes verbessern zum Beispiel, ist das etwas, was mich auch froher und glücklicher macht. In der Regel. Ganz ähnliche Situation könnten wir in Bezug auf all die Gesetze finden. Ich müsste das Resonanzgesetz lernen, ich müsste das Polaritätsgesetz lernen, wenn ich mich mit Geld einlassen will und damit auch Erfolg haben will. Es gilt allerdings für viele andere Bereiche auch, wie Partnerschaft und so weiter. Das ist auch die Grundidee bei diesem Buch Psychologie des Geldes. Da vermittle ich über das Thema Geld, Finanzen, diese Gesetze. Auch das Thema Felder spielt da eine Rolle. Also da wäre relativ viel zu lernen. Und es ist leicht zu lernen. Also das ist nicht eine sehr schwierige Situation. Eine CD wie das Gesetz der Anziehung oder das Gesetz der Polarität, die hat man ja in einer halben Stunde gehört. Oder eine Stunde gehört. Und da kann man relativ viel auf der Sehenebene hereinholen. Für mein Gefühl wäre das die wesentliche Aufforderung, die in dieser ganzen Geldproblematik jetzt drin steckt. Das Schimpfen auf Investmentbanker, das ist eine Sache, die wird aber die eigene Problematik nicht lösen. Und wer betroffen ist davon, sollte für mein Gefühl diese Fragen stellen. Was macht das Geld mit mir? Ist das Geld für mich noch Tauschmittel, was mein Leben fördert? Oder hat es schon Warencharakter bekommen? Und als Ware ist Geld einfach ungeeignet. Da kommen dann Positionen wie die von der Tech rein, die mit Recht sagen, wenn 80, 90 Prozent des Geldes was bewegt wird, nur der Spekulation dient, dann ist das ganze System in die falsche Richtung gekippt. Solche Systemkritik kann man natürlich leicht anbringen im Sinne von Margaret Kennedy. Natürlich geht das Zins- und Zinsesystem nie auf. Einfacher Beispiel, man hätte nur ein Cent zu Zeiten von Christi Geburt angelegt, hätte man im Jahre 1920 eine Goldkugel von der Größe der Erde, hätte man statt drei, vier Prozent herausgehandelt mit dieser christlichen Bank sozusagen, dann hätte man dann schon 20 Kugeln von der Größe der Erde, Goldkugeln, das geht nicht auf. Dieses System läuft immer auf einen Zusammenbruch hin. Jetzt haben wir so eins und aus dem könnte man natürlich kollektiv lernen. Da gibt es ja eine gewisse Hoffnung. Und wir könnten vor allem persönlich lernen. Und der entscheidende Schritt nochmal, die Gesetze lernen, die unser ganzes Leben bestimmen. Und da ist es Geld, eine Möglichkeit das zu lernen. Vielen Dank.